Hallo und Willkommen zu meinem Video über das Handeln von Leiteroptionen bei Bank2Swiss. Man sieht hier die normalen Optionen, hier finden wir die Leiteroptionen im Trading Panel. In dem Video werde ich kurz erklären, wie Leiteroptionen funktionieren und wo die Vorteile liegen. Außerdem wie man sie einsetzen kann und nach welcher Methode ich diese Handel. So wir haben hier jetzt erstmal fünf Linien im Chart, die markieren fünf Level. Sie können wir wählen als Strikepreis für unsere Optionen, also als der entscheidende Preis, der über Gewinn und Verlust entscheidet. Wenn wir zum Beispiel den grünen nehmen, der ganz oben liegt, dann haben wir hier die Möglichkeit nach oben zu handeln, also eine Call-Option zu handeln oder eine Put-Option. Wir sehen hier nebenan den Gewinn, also den Return, die Auszahlung jeweils, wenn wir gewinnen. Hier hinten ist nochmal der Gewinn in Prozent angegeben. Man sieht, dass man hier 120% bekommt, das ist schon sehr viel mehr als bei der normalen binären Option. Desto unwahrscheinlicher das Ergebnis wird, desto höher wird der Gewinn. Hier haben wir zum Beispiel schon fast 400%. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das entweder so zu nutzen, dass wir vor allem recht sichere Trades handeln. Also zum Beispiel die ganz normalen Strategien für binäre Optionen kann man nutzen und dann halt immer die Handeln, die schon im Gewinn ist. Wenn wir zum Beispiel die Charta-Analyse jetzt sagen würde, dass wir eine Call-Option handeln sollen, könnten wir zum Beispiel diese Handeln, dann haben wir nur 18% Gewinn, sind aber schon im Plus, also sind schon in der Gewinnzone und haben dadurch ein sehr sehr kleines Risiko. Was ich ganz gerne mache, ist in solchen Fällen sowohl die Handeln, als auch die 1 drüber oder 1 drunter, je nachdem, oder auch die 2 drüber oder drunter. Dann habe ich eine Option, die recht sicher gewinnt und eine Option, die wenn ich richtig die auch gewinnt und dann auch zusammen sehr hohen Gewinn produziert teilweise. Andererseits, wenn du die eine gewinnt, dann reduziere ich zumindest meinen Verlust. Meistens handel ich dann in der ersten, in der sicheren, mit dem höheren Betrag, wobei das natürlich immer noch ein Risiko birgt und man nicht mehr als 5% seines Betrags nutzen sollte. So, man sieht hier zum Beispiel, habe ich japanische Yen, britisch fund gehandelt, da habe ich genau das angewendet, habe ich hier oben einmal 25 Euro gehandelt und nach unten, der ist jetzt gerade knapp an der Gewinnzone. Das ist so als kleines Beispiel, die läuft jetzt auch eine ganze Weile, man kann die hier auch verkaufen, inwieweit das Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden und vor allem sollte es in der Strategie mit integriert sein. So viel zu der Möglichkeit, wie man die einsetzen kann. Man kann natürlich auch auf sehr hohe Gewinne spekulieren damit und dann natürlich Strategien nutzen, die dem angepasst sind. Ich werde heute eine Strategie vorstellen, die für diese Methodik recht gut funktioniert oder nutzbar ist. Einfach nur auf die hohen Gewinne würde ich damit nicht abzielen. Die machen Sinn bei News Trading zum Beispiel, bin ich sicher, kann gut sein, dass die entsprechenden Paare aber gesperrt sind zu dieser Zeit. Da bin ich nicht sicher, das muss man gucken und das wird auch von Fall zu Fall unterschiedlich sein. So, werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick in den Chart und sehen uns an, wie ich die Charts analysiere, um Light-Option zu handeln. So, wir haben hier den Metadrader, hier in dem Fall, hier habe ich jetzt schon was vorbereitet kann man sagen. Wir haben hier Australisch Dollar, US Dollar im 5 Minuten Chart. Wie man sieht, habe ich zum einen meinen Trendwende Indikator drin, den nutze ich für Bewegung gegen den Trend. Der hier zum Beispiel wäre ein schöner Trade gewesen und der wäre kein schlechter Trade gewesen, der wäre nicht ganz so gut gewesen. Hätte aber auch die eine Option gewonnen, die zweite wahrscheinlich nicht. Das ist das eine. Wenn es nach der Bewegung gegen den Trend rennt, warte ich ab, bis die Bewegung mit dem Trend fertig ist, die nächste oder zeichne über die davor eben den Fibonacci in der Art. Das tue ich also so circa zu dem Zeitpunkt, wenn ich weiß, hier gab es eine Gegenbewegung, ist hier etwa hier zu dem bei der oder der Kerze, würde ich den Fibonacci hier drüber zeichnen, das war mein ursprüngliches Beispiel. Danach warte ich, bis die Gegenbewegung bei der 50 ist, hier lässt sich der Fibonacci auch schon nutzen, um das Preislevel, was man hier handelt, zu bestimmen. Das nur nebenbei. Aber wenn der Preis die 50 berührt oder übersteigt, dann warte ich darauf, dass er danach die 38 durchschlägt, am besten in dieser Art, am besten mit einer großen Kerze. Und dann steige ich bei circa diesem Level in den Trade ein, handelt in dem Fall eine Put-Option. Und wie gesagt, mit zwei verschiedenen Leveln, in dem Fall kann man den Nullpunkt des Fibonacci, die Nullerlinie als Richtlinie nehmen, was man maximal handelt. Hier gab es jetzt gerade ein Signal, für ein Trendwende Signal, in dem Fall würde ich das aber eher nicht handeln. Meistens ist das Signal weniger Bewegung als die vorhergehende Bewegung in Trendrichtung. Das heißt, das wird wahrscheinlich nur so bis hier hingehen oder so. So viel zu meiner Methodik, das Ganze zu handeln. Die ist natürlich nicht, gibt keine Garantie, dass er funktioniert 100%ig. Wichtig ist vor allem, dass es eine gewisse Marktbewegung gibt, desto mehr desto besser. Dafür empfehle ich den ATR zum Beispiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. So... So...